Ja, hallo und herzlich willkommen zurück hier auf dem Konfiguranzwender in Folge von GTA Vice City Stories. Ja, ich bin schon mal hier hochgefahren zu Lance, seinem Hotel, weil wir da gleich mal vorbeischauen werden. Und die Meinung oder andere fällt vielleicht auf, oh, wir haben ein bisschen mehr Geld, wir haben ein bisschen mehr Munition für unsere MP. Was denn da passiert? Ja, ich habe jetzt vor dieser Aufnahme, beziehungsweise nach der letzten, zwischen den beiden Ports, also für unsere Kamera wegzuschieben oder wie, egal, habe ich die Firmenmissionen für die, die wir schon mal angefangen haben, fertig gemacht. Und zwar hier für Kreditei und für, nee, Prostitution nicht, für Erpressung. Da habe ich die Level voll auf die 15 hochgebracht, dass wir da schon mal den vollen Umsatz quasi haben. Prostitution habe ich noch nicht gemacht, weil wir uns das ja zusammen noch gar nicht angeschaut haben. Und die anderen drei Stränge haben wir ja noch gar nicht freigespielt, deswegen gibt es die auch erst später. Aber die beiden, ja, Businesszweige, nenne ich es jetzt einfach mal, die sind jetzt auf dem Maximum. Kriegen jetzt auch ein bisschen mehr Geld dadurch jeden Tag. Und die Prostitution, die schauen wir uns dann irgendwann nochmal an und dann werde ich die vermutlich auch nochmal außerhalb der Aufnahme fertig machen. Aber soweit erst später. Wir lassen den Fußgänger jetzt hier mal weiter. Überfahren die einfach mal und schauen mal bei Lance in seinem Hotel vorbei, was der überhaupt hier macht. Wir hatten ja schon einen turbulenten, ja, Anfang mit Lance in der ersten Mission in Jive Drive. Aber wir haben doch gar nicht so viel überhaupt mit ihm gesprochen, was er denn hier so will. Aber wo Geld, da ist es auch schon soweit. Was gibt es denn diesmal? Ich habe nicht drauf geguckt. 4.500 Dollar. Vorher habe ich, als ich das erste fertig gemacht habe, 3.600 bekommen. Sprich, dadurch, dass ich jetzt die Kreditteildinger noch fertig gemacht habe, gab es nochmal 900 extra. Was jetzt auch nicht so spannend war, weil fast alle Autos, die man da klauen muss, sind wirklich direkt vorm Betrieb gespawnt. Da hatte ich Megaschwein. Sind fast alle direkt vorm Betrieb gespawnt. Da hatte ich echt ein leichtes Spiel. Aber gut, was möchte denn Lance? The Audition. Ich bin Lance Vance, Baby. Du kannst mir vertrauen. Lance T. Vance, T. für Truck. Great. Yeah, love. I love you, man. No, not in a funny way. Tja, aight, ciao. Was war das? Nothing. Das klingt nicht wie nothing. Vic, schau mal an mich. It was nothing. And you look at me. What was that about? You thank me. Like I haven't heard that before. What have you done? I found a way in. Two kids, broken home, no education, no father. What? And rich as shit. It's the American dream, baby. People with good medical treatment. We are not kids. We are young at heart. Listen. I met a big player. And we'll get big money for doing absolutely nothing. This better not be drugs. We won't be touching no drugs, man. Come on. You know, I'm your brother. You can trust me. Fettkohle fürs Nichtstun. Hört's ja schon mal an wie geht gar nicht. Na gut, das ist der gleiche hier vorne. Wir haben tatsächlich ein Zeitlimit von einer Minute und 15, um bis hier vorzukommen. Ich denke, das sollte man vielleicht gerade noch so schaffen. Das war knapp. Kappa. So, merchandise is hidden in the car's side panels. Ah, yeah. No problem. Okay, we're gonna pick up Forbes' car. That's it? No drugs? Some player. Man, give me a break. There's no winning with you. Oh, shit. You gotta be kidding me. Okay, nobody move. Come on. Hands where I can see him. Do it. Okay, sind wir hier wohl gerade in einen Überfall geraten. Lance, laufen bitte nicht in den Weg. Danke. Sind wir hier echt zufällig in einen Überfall auf den Bürgerladen hier gestoßen. Die Polizei ist auch schon draußen. Ist jetzt die Frage, wann sind wir uns jetzt an den Arsch? Wir haben zumindest einen Stern, weil wir die Räuber hier getötet haben. Oder sagen sie, boi, ihr seid die geilsten Leute hier in Vice City. Ihr bekommt jetzt den Schlüssel der Stadt. Mann, das ist typisch. Sie denken, wir haben es geschafft. Das ist Scheiße. So viel dazu. Okay, ich würde sagen, wir nehmen mal die Beine in die Hand. Hier hinten. Das ist jetzt kein Sheet. Ich wusste tatsächlich, dass der Autospawn ist. Hier war schon in Vice City ein Spawn von einem FBI Washington. Der ziemlich geil war. Und warum sollte die Gast hier existieren? Wenn da nicht wieder ein Auto spawnen ist, dann können wir die Polizei dann ein bisschen umfahren. Ich weiß, ich habe es gar nicht geguckt. Haben wir ein Zeitlimit, um bis da runter zu kommen? Wir sollten jetzt zum Hafen. Na, genau. Ich habe jetzt nicht aufgepasst, weil ich so aufs Rennen konzentriert war. Aber ich... Boah, gehen wir in Pain Spray oder gehen wir nicht in Pain Spray? Ich gehe mal nicht in Pain Spray. Ich nehme mal die zwei Sterne mit und hoffe mal, dass das gut geht. Ich meine, im Endeffekt sind wir doch unschuldige Bürger. Ich meine, wenn die einfach mal da in den Bürgerladen reingehen und dann mal gucken, was da so ab war. Dann müssten die doch sehen, dass die Leute, die die Räubermasken auf hatten, tot sind. Sollte uns das nicht entlasten? Ich meine, gut, wir haben sie getötet. Aber trotzdem, wie gesagt, wir haben... Der Mensch hat ja ihnen gefallen getan. Aber ich glaube, die Polizei in Vice City, die kennt nicht reden. Er wird nur geschossen. Und Lance macht es ja auch gerade nicht sonderlich besser. Aber gut, wir sind ja jetzt auch schon da. Das Auto von Forbes, weiß nicht, soll man das jetzt dann hier holen? Oder was war damit los? Forbes' Auto ist in der Impound-Jahr. Also, was machen wir hier? Wir gehen in die Nachricht. Okay. Hol ein Motorrad. Ganz zufällig steht hier eins. Fahr die Treppe hinauf, um aufs Dach zu gelangen. Es ist bloß keine Polizei. So. Fahr über die Rampe, um über die Kluft zu springen. Na dann. Wollen wir mal. Mal gucken, ob wir da drüben reinspringen können. Mit der schönen ET-Referenz hier. Drängen die Verwahrstelle ein. Und es gibt auch noch die Monster-Stun-Bonus für 250 Dollar. Noch ein bisschen extra Cash für diese Mission. Und 30 Dollar Super-Irsten-Stun-Bonus. Und jetzt müssen wir uns hier wieder den Weg freimachen. Hat ja gar keine Waffe getroppt. Einmal ein Scherz-Stun-Bonus. Einmal ein Scherz-Stun-Bonus. Wir droppen alle keinen Waffen. Das ist ja... ...frech. So. Können wir den schon anvisieren? Nein. Jetzt. Die sind zum Glück kein großes Hindernis. Hier in den alten GTA-Teilen. Die sind da erstmal ein bisschen... ...defensiv. Und den ersten Schuss, den treffen die sowieso noch nie. So. Da steht auch das Auto, was wir für Forbes holen sollen. Und das waren alle. Ein schöner Sentinel XS. Auch ein schickes Auto. Flieh über die Rampe aus der Verwahrstelle. Jungs, ich muss mal kurz... Sehr schön. Aber ich bin, äh... Es ist besser, dass ich dich von hierher nehme. Hey, hey, was machst du? Forbes weiß nicht dich, Mann. Er würde dich nicht vertrauen. Ich sehe dich später, Baby. Lens! Du Scheiße! Wir sehen uns bei Forbes. Sprich, Forbes ist unser neuer Kontaktmann. Die Stadt, ich bin, Schlagnamestelle benötigt jetzt eins dieser Vorzeuge. Ah, jetzt haben wir hier unten diese Liste mit diesen Autos, die wir abliefern sollen. Ich glaube, das gab es ja bisher jetzt, so gut wie jeden GTA, in irgendeiner Variation, in irgendeiner Art und Weise. Bei GTA Vice City war es das ja bei Sunshine Auto, so man die Autos abliefern musste. Ich weiß gar nicht, wie weit das Cooper in seinem Let's Play damals gemacht hat. Aber auch hier haben wir wieder mehrere Listen. Ich glaube, hier gab es auch eine Liste mit Booten hinten am Dock, die man abliefern konnte. Aber auf Booten haben wir, glaube ich, noch keinen Zugriff, weil wir noch nicht auf die andere Insel kommen. Und wir sehen, die Sanchez ist eins dieser Vorzeuge. Ich werde die Vorzeuge hier dann nicht alle im Let's Play sammeln, weil, ja, langweilig und bringt nicht so viel außer Geld. Wie gesagt, ich hatte es ja mal angedacht, vielleicht machen wir, wenn ich GTA Vice City 100% irgendwann dann mal live gestreamt habe, wieder und da fertig sind, was jetzt auch schon ewig ist, das letzte Mal, könnte man sich ja eventuell hier noch um GTA Vice City Service 100% kümmern. Dann würden wir das schon machen. Ich glaube, immerhin noch mal 200 Dollar. Ist nicht die Welt, aber ist auch besser wie gar nichts. Da haben wir jetzt mit 23.000 schon ein ganz nettes Töpfchen auf unserem Kontor. Forbes, wo ist der denn überhaupt? Der war da oben. Hier, okay, mitten im Nichts beim Abonniation. Die sind alle oben im Downtown. Hier Lens Hotel, hier ist Forbes. Das heißt, äh... Hey, nice Klob! Spoiler ich an dieser Stelle mal den, den... Was heißt Spoiler? Aber ich droppe jetzt einfach mal schon, obwohl man es noch gar nicht wissen können, den vollen Namen. Und zwar ist das der gute Brian Forbes. Ich meine, das ist jetzt kein Spoiler, aber ich droppe den jetzt einfach mal. An diese ganzen Missionsgeber etc. Da braucht man sich auch noch ein paar Jahre noch. Besonders wenn man ein Spiel so geliebt hat, wie ich auch Vice City Stories geliebt hat. Einfach weil es halt eben auch Vice City ist. Okay, was war mit dem bloß? Leichte Zuckungen in den Arm. Könnte sich nicht entscheiden, wo links oder rechts möchte. Und dann dürfen wir jetzt hier wieder ganz nach oben kutschen. Das war auch der Fall, als ich die Erpressungsmission fertig gemacht habe, wo man die Läden alle, ja, überfallen und verteidigen musste. Da hat mich das Spiel auch immer von Downtown und wieder zurück nach Little Havana Little Hight geschickt. Das war einfach nur die ganze Zeit in den Huren runter. War jetzt auch nicht sehr spaßig. Spassig. Aber gut. Die Uhr. Ach, die Uhr. Die Uhr sagt, wir haben noch genug Zeit. Da können wir doch locker nochmal bei Forbes vorbeischauen und gucken, was der so für uns zu tun hat. Jetzt wird das sicherlich nicht alles gewesen sein, was wir mit ihm zu tun haben. Gut, ansonsten zeigen wir jetzt auch nicht die Mission, ne? Aber wie kommen wir da hin? Geht's hier rein? Ich treffe Gellinfahrt nicht. Ja, aber ich glaube, wir müssen uns hier links halten. Wieso versteckt das sich hier hinten so? Das ist doch schon wieder nicht ganz koscher. Das ist doch hier nicht ganz koscher mit dem Herrn Forbes. Money for nothing. Of course, you can't kidder-kidder. Hey, Vic. Yo, bro, was's up? So, Vic, you want to hear about a little plan that is going to make us three very rich? Very rich? So, what's the risk? Well, let me put it like this. You will not be handling any drugs. All I need you to do is keep the cops busy while Lance and I steal some merch off the scum who brought it into this country. The drugs are already here. So, we ain't drug trafficking. Exactly. You're just a decoy. All you gotta do is make the police think you're carrying. I can't arrest you for that. No, but they can shoot me. Oh, that'd be ridiculous. Yeah, come on, man. Come on. Vic, you'll be fine. Rich and fine. Alright, let's do it. Yeah, let's pop. Mit dem Geld wurde er dann doch überredet. Und die Sonnenbrille an seinem Sacko hängt in der Luft. Nice. Begib'nich zum Köder-Van. Genau. Ja, wie die schon gerade rausgehört haben. Soll wir die Polizei ablenken, während die das Zeug davon schaffen? Sagen die irgendwas? Nee. Auto-Gespräch ist hier gerade nicht so. Genau, sprich, so eine ähnliche Mission gab es ja auch bei GTA 3 war das, ne? Wo man mit diesem, in der letzten Stadt in Shorzai-Rail mit dem Security-Ban auch eine Zeit lang umfahren musste. Bis irgendjemand dann, ich habe mich gerade gekratzt, ist, wir haben hier schön in den Laternen gefahren. Bis sich da hier dann jemand kandinisiert hat, musste man die auch ablenken. Und hier steht er, ich denke mal so ähnlich, dass die auch ablaufen. Warum kommt die jetzt eigentlich mit? Ich denke, weil das Zeug irgendwie raus schaffen, während ich hier, da habe ich ja was falsch verstanden. Nee, die kommen nicht. Oder fahren wir jetzt erst noch? Ah, das ist halt okay, oder? Egal. Fahr zur Lagerhalle. Okay, wir laden jetzt erst das Zeug ein. Wo ist die? Okay. Wir laden jetzt quasi erst das Zeug ein. Und dann steht da bei der Lagerhalle vielleicht auch irgendwie so ein Zweiter rum oder ein anderer Wagen, mit dem die dann abhauen. Und wir müssen dann wahrscheinlich die Polizei oder irgendeine Gang, die Cholos, sind RIP. Und den Kubanern werden uns jetzt, glaube ich, nachdem wir erst für die Mission gemacht haben, uns nicht anlegen. Für die Biker? Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall wird uns dann bestimmt irgendjemand verfolgen, wenn wir hier jemanden mit dem Wagen ködern sollen. Und dann lassen wir uns einfach mal überraschen, wer das ist und was das ausufert. Sorry. Falls wirklich mit dem Wagen jetzt hier fahren, sollten wir da vielleicht nicht zu viel damage machen. Das ist falsch. Ich habe es vermutet. Aber ich habe tatsächlich in der Weiß-City-Map-Führung einen Fehler gemacht. Ich bin enttäuscht von mir selbst. Nur eins zur Zeit, ich habe geboten. Sorry. So, was steht denn da? Ein Motorrad. Das hilft uns leider nicht. Ich habe übrigens während der Mission, als ich die Offscreen gemacht habe, gemerkt. Oh, in Weiß-City-Stories, da gab es ja auch Fahrräder. Es gibt hier tatsächlich Fahrräder. Aber die stehen dann bloß irgendwo rum. Im normalen Verkehr fahren die, glaube ich, nicht rum. Oh, da werden wir schon von der Polizei beobachtet. Aber das wussten wir wahrscheinlich, deswegen der Köder-Van. Wir wussten, dass die uns beobachten. Das wird der Decoy-Van sein. Kommt, Vic, du fahren. Dann wollen wir mal vorausfahren und die Polizei etwas ablenken. fahren nach Süden und weg von Lance. Okay, wir sollen nach Süden fahren. Dann haben wir ja schon so eine Anweisung bekommen. Es gibt drei Sterne. Es kommt folgende, die ihr haltet den Fahndungslevel aufrecht. Sprich, Pain Spray ist auch verboten. Wir versuchen es. Wir haben natürlich die Polizei am Arsch. Wir haben einen Hubschrauber am Arsch. Wir haben auch schon das Sonde-Einsatz-Kommando am Arsch. Das gibt es hier auch schon bei drei Sternen. Aber... Wir müssen natürlich aufpassen, dass wir jetzt nicht so unbedingt auf Konfrontationskurs mit der Polizei gehen. Ansonsten fahren die uns den Wagen so Schrott, dass wir quasi aussteigen müssen. Der explodiert. Und dann war es das. Oh Gott, da können wir gerade noch ausweichen, den Krähenfüßen. Das hätte richtig blöd enden können. Wir müssen uns jetzt auch so ein bisschen hier unten im Hafen aufhalten, weil wir müssen ja nach Süden fahren. Wenn wir jetzt wieder in die Nähe von Little Havana, Little Light, die kommen, da ist dann die Mission vielleicht auch gescheitert, weil wir die eben nicht weggelockt haben. Fortschrittsbalken, das ist bald... Okay, was macht der hier? Das ist bald bei der Hälfte, aber ein bisschen müssen wir uns jetzt hier noch beschäftigen. Im Hafen. Die Straßensperre hier ist mit Gisburg. Das ist sehr schön. Ich versuche jetzt einfach hier ein bisschen im Hafen im Kreis zu fahren. Ich denke, das sollte eigentlich machbar sein. So ein Bulli, der hält ja ein bisschen was aus. Irgendwann wollte ich gerade gegen den Zaun fahren. Ich wollte die ja eigentlich gegen den Zaun drängen. Und der steht auch noch da. Hat aber nur so halb geklappt. Aber es geht voran. Die Polizei wundert sich auch nicht, dass wir nur im Kreis fahren hier. Nein, können wir nicht. Ah, Fortschrittsbalken geht gut voran. Das sieht gut aus. Viel fehlt nicht mehr. Okay, ich komme sogar dahin bei Fekesti raus. Die sammeln sich jetzt hier schon in der Ecke. Ich mag den Zaun da. Ja, das ist hilfreich. So, sehr schön. Wir sollen sie verlieren. Wir sollen die Cops abschütteln. Jetzt beginnt auch schon unser Van hier zu rauchen. Gut, dass wir da hier gleich den Painspray haben. Ansonsten wollen wir es vielleicht nicht mehr ganz so weit schaffen. Aber nul Problem. Sehr schön. 1.500 Dollar Belohnung von Forbes gab es dafür. Wir können den... Wow, der fährt mir jetzt rein. Zum Glück haben wir die Sterne nicht wiederbekommen. Wir können den Van dann auch gleich hier abliefern. Und bekommen dann noch einmal 400 Dollar für den Van. Auch fein. Lance, ich vertraue Forbes nicht. Wir treffen uns am Stadion. Okay, das ging ja schnell, dass Lance hier schon wieder Forbes nicht vertraut. Irgendwie eine Zusammenarbeit miteinander, eine richtige. Und schon liegt da was im Argen. Schon ist das Vertrauen nicht mehr da. Das ging sehr, sehr schnell. Aber gut. Die Mission würde ich sagen, schauen wir uns im nächsten Port an. Aber ich möchte euch jetzt einfach nochmal... Wo wir schon jetzt alle Betriebsmissionen so ein bisschen kennengelernt haben. Würde ich sagen, schauen wir uns auch nochmal die Prostitution an, wie das da abläuft. Ich kann mir vorstellen, dass das so ein bisschen so ähnlich wie das Pimping-Mini-Game bei GTA San Andreas ist. Sprich, dass wir Nutten irgendwo hinfahren müssen. Dann wieder bei Freiern abholen müssen. Und ab und zu gibt es einen Freier, der nicht zahlt. Oder die Nutte dann zusammenschlägt und töten will oder so. Dass wir dann den Freier da töten müssen. So war es bei San Andreas. Ich schätze mal, dass das hier in etwa genauso ablaufen wird. Das war eine Mauer. So viel brauchen wir da jetzt aber auch nicht. Ich glaube, ich bin eins zur Zeit. Ich muss da runter. Wir sind ja schon bei 20 Minuten. Sprich, wenn wir da irgendwie so 2-3 Level uns mal anschauen. Während ist das schon okay. Machen wir heute hier mal ein bisschen Überstunden. Da können wir schön durch das Haus durchschauen. Prostitution hatten wir hier gebaut. Schön groß. Mit dem schönen Auto davor. Ich weiß nicht, ob ich es schon mal erwähnt habe, aber die Autos, die vor den Betrieben stehen, sind alle kugelsicher. Und so sieht der große Puff hier von innen aus. Hier geht es nach oben. Und hier warten die Damen auf ihre Kundschaft. So. Imperiumsmission. Genau. Die Zuhältermission. Verlasse das Bordell. Das schaffe ich noch. Eine Rufstufe. Steigt man auch schon. Aber wir müssen sogar den Wagen nehmen. Okay. Wenn man ein Level alleine macht. Sprich, wenn man ein Level macht, kann es sein, dass man auch schon ein bisschen mehr Geld bekommt. Lass das Mädchen einsteigen. Ja, die Hälste scheint sie nicht zu sein. Aber dumm fickt er bekanntlich gut. So. Bring sie zu ihrem Kunden. Genau. Wir haben ein Zeitlimit von 20 Sekunden. Okay. Aber das ist ja gleich um die Ecke. Sehr schön. Nimm noch ein Mädchen mit. War das dann? Wir sind aber noch nicht bei Job 2. Also das hier scheint ein bisschen länger zu gehen wie der Rest. Da gehen wir ja auch mal recht fertig. Äh, recht schnell fertig. Komm. Mach hin. Mädel. So. Auch nochmal 30 Sekunden Zeit. Okay. Warum liegt hier auf der Straße ein Baseballschläger? Wo habe ich da auszusehen, jemanden überfahren? Sorry. So. Bitteschön. Viel Spaß. So. Und eins deiner Mädchen ist fertig. Holt es ab. Wir sind dann noch bei Job 1. Ja, wahrscheinlich müssen wir jetzt erst noch den Verdienst bei den einzelnen Kunden abholen. Dann dauert die Imperiumsmission tatsächlich ein ganzes Stück länger. Na komm. Wie die anderen beiden. Wenn jeder Job so lang geht. So. Und bringen sie zum nächsten Kunden. Jetzt sind wir bei Job 2 angekommen. Wahrscheinlich für jede Dame, die irgendwie Geld quasi mit nach Hause bringt. Steigen wir ein Level oder so. So. Hör mal mit in Ruhe. Ein Mädchen ist wieder fertig. Und das wird dann hier der ganze Prozess der Mission sein. Wie gesagt, ab und zu wird es vielleicht dann mal einen Freier geben, der irgendwie, ja. So zum Beispiel, der nicht bezahlt. Der dann abhaut, indem wir uns dann schnappen müssen. und so wird das alles ein bisschen variieren. Hier steht sie. Ja. Neider Versuch. Hat er wenigstens jetzt irgendwie Geld getroppt. Ich glaube nicht. Schon allein, weil sie deutsche Fassung ist und diese bekanntlich geschnitten. Job 3 und ja, wie gesagt, so die ganze Prozedur, oh ja, die hat ein bisschen tief gestanden. Ich würde sagen, wir liefern die Dame jetzt mal ab. Und dann habe ich euch das ganze Jahr mal gezeigt. Wie gesagt, der Rest wird dann nicht so oder so ähnlich ablaufen, aber im Großen und Ganzen genauso. Ich glaube, wenn ich jetzt nochmal neu anfange die Mission, irgendwann muss ich bestimmt wieder erst Mädchen wegschaffen. Komm, wir holen jetzt noch ein Mädchen ab, weil dann haben wir noch die Stufe geschafft. Ansonsten muss ich beim nächsten Mal, wenn ich hier wieder anfangen, bestimmt erst die Stufen beim neuen beginnen. So, Job 4. Gut, leicht, Dankeschön. Wie gesagt, wir speichern bei Mission 4. Wenn ich hier irgendwann weitermache, starten wir an diesem Punkt in der Mission wieder. Tschüssi. Und ich würde sagen, das war es dann auch für den heutigen Part. Ich hoffe, ihr seid dann morgen wieder mit zu einem neuen Vergangenstart. Bis dann. Bis dann.